Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, das gerade lädt. Es nennt sich Project Wheels. In diesem mehr als echt ziemlich geilen, ui, schickes Auto, Spiel, spielen wir den besten Simulator dieser Erde, ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet. Wow, aber Autos springen in Wirklichkeit. Also wenn euer Auto das nicht macht, dann ist das halt kein echtes Auto. Weil, oh, Innenansicht, oh. Ah. Da sind wir wieder. Ups. Ups, Allah. Wollte ich nicht. Naja, aber fährt noch, ne. Fährt noch die Kiste, würde ich mal sagen. Ah, falsche Taste, so. Jetzt quietsch ja nicht so ekelhaft. Es tut nicht so, als ob du kaputt fährst. Der schnellste Rückwärtsgang der Welt. Wow. Oh. Na, sagen wir mal R für Repair. Wie links so schön ange... Kann ich jetzt hier rein? Nein, kann ich nicht. Was auch ein Bullshit. Wartet mal, wir können auch andere Autos nehmen. Äh, Change Vehicle. Äh, nehmen wir mal. Monster. 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 Äh. Monster stabil. Na, nicht so richtig stabil. Warte mal. Z. Zurücksetzen. So. Okay, was können wir denn mit diesem Monster Truck machen? Fahren wir mal ne Runde. Fahren wir mal ne Hunde Runde. Ja. Ah, Handbremse ist immer gut. Handbremse ist immer gut. Rampe. Rampe ist noch besser. Und, und, und? Na. Na. Ah. Puh. Ja, aber na, nü nochmal. Wie kommen wir? To refill Boost. Was ist Boost? Kann mir mal einer schauen, was hier dieser blöde Boost ist. Na gut, aber vor dem Looping wird es bestimmt nicht schaden, mal seinen Boost zu refillen. Denn, hier ist ein Looping. Ja. Wie komme ich da hin? Ah, so. Ich nehme mal ein bisschen Anschwung, ne? Wie heißt, ich hier runterrutsche? Äh, Stückchen geht noch. Stückchen geht noch. Stückchen. Stückchen geht noch. Stückchen geht noch. So. Und jetzt. Jetzt geht's los. Wieso sind die Schmuppen so? Oh. 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 Aber immerhin geht dieses Auto ja nicht kaputt. Das ist ja schon mal echt gut. Das ist echt, echt positiv anzumerken. Ah. Truck. Truck, man. Yo. Oh. Spawnt der einfach mal so aus dem Boden raus. Und verschämt halt aber auch. Oh. Werden wir jetzt erschlagen? Oh. Yo. Was geht ab? Zur Info. Ja. Wir wurden erschlagen. Wartet mal. Wir können jetzt hier mal hochfahren. Ich wollte schon immer mal mit einem LKW versuchen, ein Parkhaus hochzufahren. Das hat uns nämlich der ETS noch nicht gelehrt gehabt. Yo. So. Ganz ganz. Oh. Da haben wir nochmal die Kurve gekratzt. Oh. 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 Er bleibt heil, oder? Ja doch. Aber wir haben noch ein Auto übrig. Die Ute. Wir müssen noch ein bisschen Ute fahren. Ute fahren, Ute fahren, Trecker fahren, Trecker fahren. Hehehe. Äh. Ute. Was machst denn du für Sachen, Ute? Der kommt gleich bestimmt wieder hier rüber und dann werden wir schön kalapultiert. Oh. Oh. Jetzt hat er meine Ute kaputt gemacht. Mann. Blödes Ding, was da plötzlich so aus der Erde rauskommt. Au. Blödes Auto. Schaffen wir mit der Ute den Looping? Mal schauen. Ich will einen Looping schaffen. Mann. Bad game. Baddest game ever. Oh. 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 So. Aber wenn man sich einmal in die Steuerung gewöhnt hat, ich muss sorgen, ist es ja gar nicht mal so schlecht. So. Oh. Zu früh gefreut. Zu früh. Wir sind tot. Ach, was ein Jammer. Im Sinne bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Fre... Aha. Freundliche Zuschauen. Wenn ihr euch gefallen habt, dann wisst ihr alles, was ihr zu tun habt, ne? Like rein, Abo rein, komm hier rein. Ähm. Ansonsten gibt es nichts zu sagen. Dieses Spiel bleibt sagenlos. In dem Sinne. Bis dahin. Tschö, tschö. Bye, bye. Und auf Wiedersehen. Ute. Komm. Wir drehen noch ne Runde. Wir drehen noch ne Runde. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ei, ei, ei.